Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Alexander Christ und Sie hören Philosophieren im Kontrafunk, den Verbandskasten im Kofferraum der Crashtest-Republik. Gemeinsam mit Matthias Burchardt diskutiere ich wöchentlich über alltägliche und tiefgründige Themen. Touché, wie verletzlich sind Sie? Sind wir alle inzwischen durch alles und jeden verletzbar? Vielleicht, weil wir uns selbst nichts mehr zutrauen und uns der Mut zum eigenverantwortlichen Leben abgenommen wurde? Haben Sie für sich auch schon einmal in Anspruch genommen und persönlichen Vorteil daraus gezogen, zu einer vulnerablen Gruppe zu gehören? Ein jeder mag sich einmal für sich selbst überlegen, ob diese angebliche Verletzlichkeit nicht vielmehr eine Flucht aus dem wahren Leben ist, zu dem eben gerade auch gehört, Gefahren und Risiken und auch gelegentlich echte Verletzungen auszuhalten. Wir nähern uns heute dem Thema Verletzen, ohne Angst, uns eine blutige Nase zu holen. Philosophieren im Kontrafunk, heute mit Matthias Burchardt und mit mir, Alexander Christ. Hallo Matthias. Hallo Alexander. Ja, wir wollen uns heute einem sehr gefährlichen Thema nähern, bei dem es schon mal ein bisschen wehtun kann. Es geht um das Verletzen und die Verletzlichkeit, die ein bisschen überhand zu nehmen scheint. Jedenfalls dieses Gefühl in der Öffentlichkeit, in der ja nur noch von Vulnerabilität die Rede ist. Jeder will und muss zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Und das ist eigentlich auch so das Erkennungsmerkmal, zu welcher vulnerablen Gruppe gehörst du eigentlich, lieber Matthias? Ja, ich gehöre ja zu den strategischen Verletzungsprofiteuren. Immer wenn ich was im Garten machen soll, dann ist meistens der Moment, an dem ich schon zum Werkzeug greife, der, in dem ich anfange zu bluten. Dann hole ich mir meistens ein Pflaster und bin dann von weiteren Pflichten entlastet. Also das ist eigentlich ganz gut. Ansonsten habe ich mir für diese Sendung extra Sicherheitsschuhe angezogen, einen Helm aufgesetzt und brandfeste Unterwäsche angelegt. Ja, das habe ich auch. Vor allem habe ich meine Rechtsschutzversicherung informiert, dass es wahrscheinlich Klagen hageln wird. Denn bestimmt werden wir irgendetwas sagen, was irgendjemand verletzt. Und wahrscheinlich wird er dann auf eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte klagen. Und ja, da muss man ja vorbereitet sein heutzutage. Das passiert ja eigentlich ständig. Man darf eigentlich ja nichts mehr sagen. Ja, ich glaube noch gefährlicher als das Verletztwerden ist ja, dass jemanden unwillentlich zu verletzen. Das möchte man ja in der Regel gar nicht. Und dann stößt es einem zu. Man hat es gar nicht böse gemeint. Und prompt ist jemand verletzt. Wahrscheinlich sind wir da auch tatsächlich schon am Kern des Problems. Ganz am Anfang, gleich in unseren ersten Sätzen. Eigentlich will man nicht verletzen. Davon gehst du aus? Oder sind die Menschen vielleicht doch ganz schön böse und wollen absichtlich andere verletzen? Vielleicht gibt es beides. Das ist ja auch so, dass es nicht immer gelingt, jemanden zu verletzen. Also ich habe oft versucht, jemanden auch zu beleidigen. Und die Leute haben das als Humor missverstanden, weil ich manchmal so lustige Sachen sage. Da hat es gar nicht geklappt. Und manchmal möchte man nur aus Liebes sagen, ein Kompliment machen und prompt ist die Person betroffen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich unterscheiden zwischen den willentlich zugefügten Verletzungen, Verletzungen, die dann auch nochmal in der eigenen Klasse fallen. Und die Verletzungen, die daraus resultieren, dass Menschen einfach miteinander leben. Vielleicht können wir den Schopenhauer jetzt an der Stelle schon mal vorziehen, wenn es dir recht wäre, der eine Parabel über die Verletzlichkeit der Menschen geschrieben hat, nämlich im Medium der Stachelschweine. Ja, ich glaube, wir haben über diesen Text schon mal gesprochen. Das ist ja ein ganz kurzer Text. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob wir ihn damals vorgelesen haben. Wollen wir das kurz tun? Das wäre total klasse. Falls es dich nicht verletzt. Nein, ich mache das gerne. Von Arthur Schopenhauer, Gesellschaft der Stachelschweine. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu, keep your distance. Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben noch zu empfangen. Hier wird, glaube ich, die Zwangsläufigkeit der Verletzung unterstrichen, die daher resultiert, dass Menschen zum einen ein Bedürfnis nach Gesellschaft haben, sie brauchen die Wärme des anderen und zugleich allerdings auch keine Engel sind, das heißt, sie sind wie Stachelschweine mit negativen Eigenschaften ausgestattet, die sie, ob sie wollen oder nicht, dazu nutzen, um andere zu verletzen. Und insofern haben wir die Wahl zwischen Einsamkeit und Verletzungen, das kann man so interpretieren, dass wir vielleicht gar nicht umhinkommen, Verletzungen in Kauf zu nehmen. Andererseits wird hier auch ein Heilmittel vorgeschlagen, nämlich die Höflichkeit, auch darüber werden wir sprechen. Wollen wir vielleicht erstmal den Bogen so aufgerissen lassen, um uns jetzt dem Ganzen zu wenden, was eigentlich eine Verletzung überhaupt ist, um dann zu gucken, wie sie im Sinne Schopenhauers gedeutet werden kann und auch vielleicht vermieden oder ertragen? Naja, wir haben ja jetzt eigentlich schon zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Verletzungen kennengelernt. Sie tauchen in dem Text von Schopenhauer auch schon auf. Einmal Verletzungen im Außen, also wenn tatsächlich ein Stachel die Haut durchdringt, dann tut das weh, dann ist da ein Stich, eine Wunde und eine Verletzung damit entstanden. Also man kann den Körper tatsächlich verletzen, man kann sich die Haut aufritzen, man kann sich Knochen brechen und Schlimmeres mehr. Also da ist einiges denkbar an echten körperlichen Verletzungen. Und dann gibt es aber auch die inneren Verletzungen. Ich kann in meiner Empfindung beschädigt werden. Etwas trifft mich, etwas verletzt mich im Inneren. Es beschämt mich, es lässt mich in eine unterlegene Position geraten, in der ich gar nicht sein will. Ich fühle mich schutzlos einem anderen, einem Druck, einem Zwang ausgeliefert. Das sind auch Verletzungen, Erniedrigungen, Verwundungen, Kränkungen, Grenzübertretungen letzten Endes, die mich in meinem Inneren verletzen. Also das ist schon mal eine Unterscheidung, die ich vornehmen würde. Ja, die Unterscheidung würde ich auch vornehmen, aber wie hängt das überhaupt zusammen? Wenn ich an die prototypische Verletzung denke, dann ist es tatsächlich der Schnitt mit dem Messer in die Haut. Ich habe das mal anthropologisch ein bisschen sortiert in ein paar Schritte und Aspekte. Mal gucken, wie plausibel das ist. Du musst dann hinterher prüfen, ob ich keinen Unsinn erzählt habe, um dann zu schauen, wo die Parallele, aber vielleicht auch der Unterschied zwischen der äußeren und der inneren Verletzung ist. Also die wesentliche Erkenntnis, glaube ich, ist, dass wir körperlich existieren oder in unserem Dasein endlich sind und insofern auch abhängig sind von äußeren Bedingungen, die wir, und das ist der Punkt, gerne kontrollieren möchten, aber nicht völlig unter unsere Kontrolle bringen können. Das heißt, uns kann etwas entzogen werden, was wir brauchen, oder zugefügt werden, was uns schadet. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Verletzungen, nämlich wenn uns etwas zugefügt wird, was uns schadet, bedeutet das, dass uns die Kontrolle über unsere eigenen Grenzen verloren geht. Wir können unser Dasein nicht mehr aus eigener Kraft fristen und haben in dem Moment ein Gefühl von Freiheitsverlust oder wir haben einen faktischen Freiheitsverlust erlitten, denn normalerweise würde Freiheit ja bedeuten auch die Selbstbestimmung über die eigenen Grenzen. Also da kommt mir jemand so nah, wie ich das mag oder berührt mich nur in einer Weise, wie ich das möchte. Und insofern sind Verletzungen immer auch Grenzverletzungen, der Schnitt in die Haut und der Schnitt in die Seele. Und diese Verletzungen bleiben zurück. Ich bin tangiert worden und trage die Verletzung mit mir herum und dann habe ich mich nicht nur verletzt oder ich bin nicht nur verletzt worden, sondern ich bin verletzt. Das heißt, mein Selbst ist angegangen durch die Verletzung. Das trage ich dann eine Zeit lang mit mir herum, in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwann auflöst. Löst sich diese Verletzung nicht auf, dann sprechen wir von einem Trauma, dann sind wir eben unheilbar verletzt. Und das betrifft jetzt sowohl den körperlichen Bereich unserer Existenz als auch den seelischen Bereich unserer Existenz. Und das muss man vielleicht auch nochmal erklären, wieso können wir denn eigentlich durch Worte verletzt werden? Also Messer sind ja sehr scharf und dringend tief ein in unsere Haut. Warum können Worte das überhaupt, frage ich jetzt mal ganz bewusst, naiv. Naja, weil ich auch da eine gewisse Erwartungshaltung habe, wie mir gegenübergetreten wird und was jemand sagen darf. Und wenn jemand etwas sagt, was meine Erwartungshaltung nicht trifft, dann kann ich das verletzen, weil ich glaube, dass er das absichtlich sagt, um mir einen Schaden zuzufügen. Also wenn jemand mich zum Beispiel als dumm oder einfältig oder unwissend bezeichnen würde, inzwischen gibt es ja viel schlimmere Dinge, ich fange also mal relativ harmlos an, dann mag mich das verletzen, weil ich mich selber so ja nicht sehe. Weil ich selber denke, wie kann er das behaupten? Ich bin doch informiert, ich weiß doch Bescheid, ich bin gar nicht dumm. Ich kann eins und eins zusammen allieren. Ich verstehe, was hier gerade abläuft und der andere glaubt, dass ich das nicht kann. Und das kann mich durchaus verletzen, auf jeden Fall. Ich drehe mal die Schraube des Advokates Diaboli noch ein bisschen weiter. Da kann man doch erstmal sagen, Moment, das ist ja wie eine Fehlaussage. Das ist ja so, als ob da ein roter Ball liegt und der sagt, der Ball ist grün. Das verletzt mich ja auch nicht. Das heißt, da wird eine Aussage über mein Selbst gemacht, die offensichtlich aber nicht nur ein Sachthema berührt, sondern auf der Beziehungsebene zum Thema wird. Ich glaube, das ist der Punkt, sobald irgendwie ein Sachthema auf der Beziehungsebene ausgehandelt wird, dann geht es gar nicht mehr um die Sache, trifft diese Eigenschaft auf mich zu oder nicht. Also wenn du zum Beispiel sagen würdest, du bist doch bestimmt 1,77 Meter und ich bin nur 1,67 Meter, dann ist das nicht das Problem. Aber wenn du mich damit treffen willst, weil du natürlich sehr viel größer bist als ich, dann bin ich möglicherweise dadurch verletzt oder du wolltest mich dadurch verletzen. Ja, aber warte mal. Also vielleicht ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich auch so auffassen. Also wenn man zu denen sagt, du bist aber ziemlich dumm und verstehst überhaupt nichts, dann würden die sich denken, ja, das ist deine Meinung, aber meine Meinung ist das eben nicht. Und das kann ich ganz sachlich behandeln. Das ist einfach eine unzutreffende Aussage. Die berührt mich gar nicht, weil ich mich so selbst nicht sehe. Diese Menschen haben aus meiner Sicht genügend Selbstbewusstsein, um bei ihrer eigenen Meinung über sich selbst zu bleiben oder jedenfalls die Aussage des anderen nicht an ihr Innerstes heranzulassen. Es gibt aber andere Menschen, die ständig auf der Suche sind, was andere sagen und dadurch auch ein großes Maß an Bestätigung bekommen wollen. Wenn die dann nicht kommt, dann fühlen sie sich verletzt und persönlich betroffen. Also es gibt schon zwei unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ich glaube, diese sachliche Herangehensweise, die du jetzt gerade mit dem Beispiel der Größenangabe, die dann halt einfach nicht stimmt, wo du ganz locker sagen kannst, ich bin nicht 1,77 Meter, ich habe eine andere Körpergröße. Damit kann man sachlich umgehen. Aber es gibt eben Menschen, die können auch mit solchen wertenden Urteilen sehr sachlich umgehen, indem sie sagen, für mich trifft das nicht zu und ich nehme deinen Versuch, mich zu verletzen, gar nicht an. Das erinnert mich an unsere schöne Sendung zum Thema Beleidigt sein, wo wir über den Schlips gesprochen haben, der gewissermaßen 360 Grad um den Körper geht und sieben Meter lang ist oder den falschen Hals, der immer weit aufgesperrt ist. Ich glaube, das zeigt auf ein wesentliches Thema hin, dass bei der körperlichen Verletzung relativ eindeutig ist, wann diese vorliegt. Bei der seelischen Verletzung auch ein Eigenanteil des Verletzten eine Rolle spielt. Insofern, als er nämlich in gewisser Weise aufgrund von psychischen Voraussetzungen bestimmte Fragen sortiert als Beziehungsthemen, die vielleicht als Sachthemen gemeint sind und auch vielleicht durch eine innere Stärke in der Lage ist, Beziehungsbotschaften auf die Sachebene zu bringen und sich dadurch auch dann mal dem Stich des anderen ein bisschen zu entziehen. Es gibt ja Leute, die sind schon beleidigt, wenn man sagt, schönes Wetter heute. Hältst du mich für dumm? Glaubst du nicht, dass ich für ein niveauvolleres Gespräch zu haben bin, als über ein Wetter zu sprechen? Also man kann es ja nur falsch machen bei bestimmten Leuten und andere sind wiederum so unangreifbar und souverän, dass man selbst ein schiefes Wort oder ein kleiner Scherz, der die Person aufzieht, der völlig souverän ausgekontert oder auch weggelächelt wird. Ja, wobei ich gerade bemerke, dass uns, glaube ich, der Vergleich zum Beleidigtsein auch auf eine etwas falsche Fährte führen kann. Beleidigt sein ist nochmal ein bisschen was anderes als verletzt sein oder sich verletzt fühlen. Dieses sich verletzt fühlen, das hat ja nichts von wegen, ich entziehe mich dem Ganzen, sondern da geht es ja darum, dass ich ganz persönlich mich angegriffen fühle. Beleidigt sein ist so ein bisschen, wie wir es ja auch damals beschrieben haben, die beleidigte Leberwurst, die sich dann dem Spiel entzieht und sagt, ich mache nicht mehr mit. Der Verletzte ist zutiefst getroffen und weiß gar nicht, wie ihm geschah, während der Beleidigte ja, glaube ich, schon ganz genau mitkriegt, was da abläuft und sich dann überlegt, schlage ich zurück oder nicht, entziehe ich mich jetzt dem Ganzen. Der Verletzte, der weiß nicht, was da gerade mit ihm passiert ist, glaube ich. Und ihm fehlt ein Zugang zur Wirklichkeit, die eben manchmal mit Verletzungen einhergehen kann. Und ihm fehlt sozusagen ein bisschen Realitätsbezug, scheint mir. Zum Thema Realitätsbezug fällt mir gerade auf, dass wir relativ schnell von der Frage nach der körperlichen Verletzungen in dem Bereich der seelischen Verletzungen vorgedrungen sind, was davon zeugt, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, in dem wir relativ körperlich unverletzt durch unseren Alltag kommen. Ich halte das nicht für selbstverständlich, denn es gibt sicherlich auch historische Konstellationen, wo etwa das Arbeitsleben immer wieder auch mit Verletzungsrisiken verbunden war. Sowas wie Arbeitsschutzmaßnahmen mögen übertrieben sein, aber können auch dafür sorgen, dass ich meinen Arbeitsplatz verlasse, ohne mir einen Finger abgeschnitten zu haben oder mir ein Bein gebrochen haben. Also da reden wir jetzt als Akademiker in relativ guten Zeiten. Auch dann, wenn Krieg und soziale Verwerfungen zunehmen, ist die körperliche Unversehrtheit ein höheres Gut. Wir sind inzwischen in einer sehr feinstofflichen Form der Empfindlichkeit angekommen und achten vor allem auch Mikroverletzungen im seelischen Bereich. Das ist sicher ein richtiger Befund. Ich glaube, da hast du völlig recht. Nichtsdestotrotz habe ich mir in der Vorbereitung unserer Sendung auch einmal kurz angeguckt, wie in früheren Zeiten über Verletzungen und das Verletzen gesprochen und geschrieben worden ist. Und es gibt aus dem Mittelalter einige schöne Texte zum Thema Verletzungen und Leid und wie man das überwinden kann. Also vor allem wird dann da auch immer davon gesprochen, wie man es überwinden kann. Das fand ich ganz interessant. Und in diesen Texten geht es tatsächlich auch schon um beides. Da geht es um körperliche Verletzungen und dann aber auch sehr zentral um seelische Qualen, die erlitten werden und dann, wie man diese überwinden kann. Also das Wort Verletzen hat ja dieses Letzen in sich. Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und meint Quälen und Schädigen, aber vor allem eben auch Quälen, also die Qual, das Leid, das über mich kommt, das andere über mich bringen und dem ich mich dann irgendwie zu erwehren versuche. Das war also auch schon in früheren Zeiten ein zentrales Thema und damit war auch eben schon das innere Leid gemeint. Ich muss noch was völlig Unqualifiziertes sagen. In der Schule haben wir einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, der dann irgendwie auf den Führerschein anzurichten war. Und die Person, die den hielt, hat diesen Kurs schon millionenfach vor Schülern gehalten und hat deshalb eine etwas verwaschene Sprache gehabt und hat immer von Flätzten gesprochen. Und der Flätzte hatte Flätzungen. Und deshalb kann ich immer schwer ernst bleiben, wenn von Flätzungen die Rede ist. Aber das wirklich nur am Rande. Wir haben also zwei Dimensionen, in denen wir das thematisieren können, die körperliche Ebene und die seelische Ebene. Im Begriff der Vulnerabilität, um den es jetzt im Folgenden gehen soll, kommt eigentlich ja beides zusammen. Der ist ja sehr gehypt worden im Zuge der Corona-Pandemie. Da wurden dann plötzlich vulnerable Gruppen definiert, die mit einer besonderen Gefährdung ausgestattet seien und deshalb zum Argument für Maßnahmen herangezogen wurden. Und man kann ja mal nachfragen, was heißt denn eigentlich Vulnerabilität und warum gibt es vulnerable Gruppen? Was ist denn das eigentlich? Naja, also als mir der Begriff zuerst begegnet ist, habe ich ganz natürlich an einen Personenkreis gedacht, der besonders leicht verletzt werden kann, weil der Körper schon nicht mehr über genügend Abwehrkräfte verfügt. Mir scheint, dass der Begriff ganz am Anfang noch sehr begrenzt auf die Gruppe der älteren Mitbürger angewendet wurde. Da hat man von einer vulnerablen Gruppe gesprochen und damit beispielsweise die Bewohner eines Altenpflegeheims gemeint oder ältere Menschen im Krankenhaus. Aber immer den Bezug gehabt auf den nicht mehr ganz intakten Körper, der eben durch kleinste Unvorsichtigkeiten schwerer geschädigt werden kann als ein junger, kräftiger Körper, der noch genügend Abwehrkräfte aufweist. So habe ich das am Anfang erlebt und dann hat sich das im Laufe der Zeit sehr stark gewandelt, vulnerable Gruppen. Der Begriff hat sich immer weiter verschoben, bis ich mich dann irgendwann gefragt habe, gehöre ich auch zu einer vulnerablen Gruppe? Bin ich da auch schon gemeint? Wenn davon die Rede ist, dass in einer bestimmten Alterskohorte eben jetzt Sterblichkeitsraten ja geradezu angekündigt wurden, in Klammer, die ja dann später sich nicht bewahrheitet haben, Klammer zu. Aber trotzdem, da hat man schon so sich ein bisschen gefragt, gehöre ich da jetzt auch schon dazu? Die Frage ist, ob wir den Begriff überhaupt gebraucht haben. Also ich glaube, es ist gut für eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, wenn man um die schwächeren Mitglieder sich sorgt, wenn man fürsorglich ist, Rücksicht nimmt und auch in seinen Handeln mit einbezieht, dass nicht alle in gleichem Maßen leistungsfähig sind. Also das glaube ich doch damit gemeint. Und so haben wir den Begriff doch auch zunächst verstanden. Durch dieses Prädikat der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit, wird denen ja eine exklusive Eigenschaft zugesprochen, die die anderen nicht haben. Das heißt, wir sind alle unverletzlich oder was? Was bedeutet das denn eigentlich? Habe ich in Drachenblut gebadet und bin insofern multiresistent gegen alles Mögliche, während die jetzt verletzlich sind? Oder was soll das? Also ich habe das letztendlich nicht verstanden, denn ist Vulnerabilität nicht ein Kennzeichen, das auf alle Menschen zutrifft? Ja, also tatsächlich haben wir das ja dann auch gelernt, dass tatsächlich jeder durch irgendwas im Leben erkranken oder sterben kann. Das gehört einfach zum Lebensrisiko dazu. Also ich habe jetzt gerade gesagt, das haben wir dann alle gelernt. Aber letzten Endes haben wir es doch eigentlich alle auch schon gewusst, oder? Das war doch klar. Also es ist, glaube ich, in jeder Altersstufe möglich, dass man aus diesem Leben scheidet. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man etwas älter ist, etwas größer. Ich habe ja eben darüber gesprochen, dass dann möglicherweise im Alter die Abwehrkräfte etwas nachlassen, der Körper verändert sich und dann sind eben Dinge, die man in jüngeren Jahren noch locker wegsteckt, beispielsweise auch Knochenbrüche, die eben in jüngeren Jahren besser verheilen, im Alter sehr schwer nur auskurierbar und erfordern vielleicht ein höheres Maß von Wiedermobilisierung oder medizinischen Maßnahmen. Aber das alles gehört, alles, was ich eben gesagt habe, gehört eben zum Lebensrisiko ganz normal dazu. Und ich stimme dir natürlich völlig zu, es braucht diese Unterscheidung gar nicht. Ich habe das übrigens nicht so verstanden, dass die anderen unverwundbar sind, sondern ich habe das tatsächlich, wie ich es ja auch schon angedeutet habe, auch direkt auf mich bezogen und dachte, naja gut, ich bin eben nur vielleicht ein bisschen weniger vulnerabel, aber auch vulnerabel. Also im Grunde waren wir alle vulnerabel. So kam das bei mir an. Ja, aber die Vulnerabilität der einen war Argument, um dich zu verletzen in deinen Freiheitsrechten. Das heißt, deine Verletzung, die zählte nichts, während die mögliche Verletzung der anderen alles zählte. Da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Vielleicht ist es ein guter Moment, darauf hinzuweisen, dass wir ein bisschen gespiegt haben für die heutige Sendung in dem Buch von Frauke Rostalski zur vulnerablen Gesellschaft, das wir hier natürlich zur Lektüre empfehlen. Was mir schon mal auffällt, ist, dass im Begriff der Vulnerabilität ein Potenzial beschrieben wird, also ein Konjunktiv. Etwa jemand könnte verletzt werden. Also dieses könnte, das ist politisch schon mal im hohen Maße relevant. Wir haben ja viel mit Potentialitätspolitik zu tun gehabt. Also die Welt könnte verbrennen, das Virus könnte uns alle töten, wenn es exponentiell wächst. Also das fände ich schon mal ganz interessant. Und philosophisch ist das die Unterscheidung von Akt und Potenz. Akt ist das, was wirklich ist. Das ist die wirkliche Verletzung. Und da würde ich sagen, ist jeder Anlass notwendig, dass man auch darauf reagiert und Menschen hilft. Und das andere ist, was der Möglichkeit nachgegeben ist, die Verletzbarkeit. Und eine Möglichkeit zum Argument zu machen, finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine schöne Trennlinie, die wir ziehen wollen. Und vielleicht der richtige Moment, um an dieser Stelle kurz innen zu halten, uns dessen bewusst zu werden, dass wir hier tatsächlich von zwei völlig unterschiedlichen Sphären sprechen, nämlich der wahren, tatsächlichen, stattgefundenen Verletzung und der Möglichkeit einer späteren Verletzung, die vielleicht gar nicht eintritt, die ich aber jetzt schon in einer explizit formulierten Verletzbarkeit in die Öffentlichkeit stelle. Verletzbarkeit Sie hören Philosophieren im Kontrafunk und Matthias Burchardt und ich, Alexander Christ, sprechen heute über das Verletzen und ja, auch über das Verletzbarsein, das ja irgendwie inzwischen zum Thema zwangsläufig dazugehört. Ja, Alexander, ich weiß, dass du ungern darüber sprichst, weil es ja immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft ist. Du hast eine sehr seltene Erkrankung, die immer noch zu Ausgrenzung und Diskriminierung führt, aber du hast dich bereit erklärt, auch darüber zum ersten Mal öffentlich zu sprechen. Es ist gewissermaßen dein Coming Out. Du leidest an Ornithophobie. Ja, und ich bin froh, dass ich inzwischen auch darüber sprechen kann. Also wer nicht weiß, was das ist. Ich habe Angst vor vorbeifliegenden Vögeln und weiß mich also da kaum in Schranken zu halten, weiß nicht wohin mit meiner Angst, habe schon ganz viel versucht und am Ende blieb mir nur der Ruf nach dem Staat, nach der Obrigkeit. Also ich hoffe, dass die Obrigkeit erscheinen wird und zu meinem Schutz etwas unternehmen wird. Also ich weiß nicht, was einem da einfallen kann, einfangen, abschießen, alles Mögliche ist denkbar. Hauptsache es dient meinem Schutz. Das ist ganz wichtig, dass im Hinblick auf Vulnerabilitäten der öffentliche Raum so ungestaltet wird, dass dieses Verletzungsrisiko verschwindet, dass du gewissermaßen einen vogelfreien Safe Space vorfindest, in dem du dich bewegen kannst, ohne Angst vor permanenter Verletzung. Ist es das, was du forderst? Ja, unbedingt. Das fordere ich und ich bin auch schon dabei, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil ich weiß, es gibt viele andere Menschen, die auch unter dieser seltenen Krankheit leiden, aber die ist eben trotzdem schützenswert. Also auch wenn wir nur wenige sind, ich glaube, dann müssen die vielen auch einfach auf Vögel verzichten. Hauptsache wir sind geschützt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Machst du jetzt nicht deine Verletzbarkeit zu einem Argument dafür, also erstmal Leuten auch die Vögel zu rauben, die gar nicht bei dir vorbeifliegen können? Nein, nein, also ich könnte ja woanders sein und wenn ich dann woanders wäre, dann wäre es natürlich auch möglich, dass dort Vögel sind. Also jetzt müssen wir es auflösen. Wir könnten jetzt noch lange so weitermachen. Die Hörer haben es schon rausgehört. Ist natürlich Quatsch. Ich leide nicht unter Ornithophobie, wobei so langsam gewinne ich Gefallen daran. Vielleicht bringt mich das gewissen Privilegien näher, die ich sonst nicht hätte, wenn ich diese seltene Krankheit nicht hätte. Und ich denke mal darüber nach, vielleicht entwickelt sich da was. Ist nicht eine wesentliche juristische Errungenschaft, da frage ich jetzt als Laie, die Gleichheit der Menschen vor dem Recht und wird durch die Vulnerabilitätspotenz des Einzelnen nicht ein Privileg vor dem Recht geschaffen in Hinblick auf Sonderregelungen oder auch Ausnahmen? Ja, genau. Also in unserem Quatsch, den wir ja zwischendrin immer wieder machen, liegt natürlich ein ganz ernster, wahrer Kern, was eigentlich rechtfertigt, dass eine kleine Gruppe von Menschen in einer Weise geschützt wird, dass eine große Gruppe von Menschen Nachteile hat. Da fällt mir natürlich aber trotzdem auch sofort ein Gegenargument ein, nämlich, dass ich persönlich auch und auch als ein Vertreter des Rechts und des Rechtsstaats dafür bin und meiner Ansicht nach auch dafür sein muss, dass die kleine Gruppe geschützt wird vor der großen Gruppe und durch die große Gruppe. Also in beiden Positionen liegt etwas Wahres, aber jetzt müssen wir mal genauer hinschauen. Wenn also einzelne Menschen Schutz für sich beanspruchen und dieser Schutz zur Folge hat, dass andere Menschen, lassen wir mal dahingestellt, wie groß die Gruppe der anderen ist, eben wesentlich auf Freiheitsrechte verzichten müssen, dann, glaube ich, muss man fragen, wird hier nicht ein Privileg in Anspruch genommen, das dem Einzelnen in dieser Form gar nicht zukommt? Ich bleibe trotzdem dabei, dass natürlich eine große Gruppe, also eine Mehrheit, nicht das Recht hat, sich schrankenlos und gedankenlos über andere, kleinere Gruppen hinwegzusetzen. Ganz im Gegenteil, dass meiner Ansicht nach eben die Mehrheit durchaus die Verpflichtung hat, sich für den Schutz der Minderheit einzusetzen und für deren Rechte einzusetzen, aber mit einem gewissen Verstand und mit einem gewissen Maß und eben nicht in einer Art und Weise, dass andere Menschen ihre Freiheitsrechte vollständig verlieren oder ihre Verhaltensformen komplett umstellen müssen. Da könnten wir jetzt viele Beispiele bringen. Eins, das einem natürlich sofort wieder einfällt, ist das von uns schon mehrfach herangezogene und kritisierte Gendern. Da ist es natürlich so, dass man vielleicht noch im Ansatz verstehen kann, dass einzelne Menschen sich persönlich betroffen fühlen, wenn nicht gegendert wird, aber dann zu verlangen, dass alle Menschen sozusagen ihre Verhaltensweise ändern, nur weil einzelne denken, das ist nicht in Ordnung. Das geht aus meiner Sicht eben völlig zu weit und da wird ein Privileg in Anspruch genommen, das eben nicht in Anspruch genommen werden darf, weil im Grundsatz natürlich auch die Rechte derjenigen beachtet werden müssen, die das nicht wollen. Das scheint also gar nicht so einfach zu sein. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, vielleicht ist es gar nicht so konstruiert. Also da sind halt Leute, die möchten geschützt werden vor Infektionen, die vulnerablen Gruppen und dann gibt es Menschen, die möchten einen Kindergeburtstag feiern und jetzt ist das Kindergeburtstagsfeiern ja untersagt, selbst wenn da gar keine alten Leute sind, die sich anstecken, weil es ja möglich ist, sie sind ja nur vulnerabel, sie sind ja nicht tatsächlich verletzt. Und das heißt, bevor das Recht greift, in dem Moment, wo wirklich etwas Fahrlässiges jemandem zugefügt wird, wird schon die Potenzialität der Verletzung zur Untersagung von Freiheitsrechten herangezogen, was für mich ein Problem darstellt. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz einhaken. Ich finde das Beispiel sehr gut. Ich bin ja durchaus dafür, dass die Leute, die Angst haben, sich anzustecken, dass die sich schützen können. Und ich denke, dass da auch ein Recht dazu besteht, sich schützen zu können. Das kann man durchaus dadurch ausüben, dieses Recht, indem man beispielsweise zu Hause bleibt oder indem man eben Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Beispielsweise, wenn man daran glaubt, dass Masken schützen, kann man diese tragen. Also ich würde vor ein paar Jahren auch dafür auf die Straße gegangen sein, dass Menschen Mund-Nasen-Bedeckungen tragen dürfen. Angenommen, die Politik hätte die Absicht gehabt, das zu verbieten. Dann hätte ich mich dafür eingesetzt, dass die das tragen dürfen. Aber alle anderen, die es nicht wollen, die müssen eben genauso das Recht haben, das nicht zu machen. Und um dein Beispiel zu bleiben, wer einen Kindergeburtstag feiern möchte, der kann das natürlich tun, aus meiner Sicht. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn eben Personen, die glauben, dass sie sich dort anstecken, ihre Angst so sehr in den Vordergrund stellen, dass sie denken, da kann ich nicht hingehen, dann sollen sie eben nicht hingehen. Und das muss dann auch erlaubt sein. Aber was eben nicht geht, ist Forderungen an die anderen heranzutragen, die denen ein freies Leben unmöglich machen. Das geht eben nicht. Lass mich noch eine andere juristische Frage aus der Perspektive des Laien stellen. Mein Eindruck ist immer gewesen, dass eine große Qualität des Rechts darin besteht, dass der Detailgrad der einzelnen Regelungen relativ niedrig ist. Das heißt, das Recht ist allgemein und wird dann in der Anwendung erst konkretisiert, indem man guckt, auf welche Regel passt denn jetzt der Fall. Also du sollst nicht töten, gilt erstmal für alle Menschen. Wenn du jetzt aber plötzlich die Vulnerabilität als Spezialthema einträgst in rechtliche Kategorien, kommst du ja zu so Sätzen wie du sollst keine rothaarigen Mädchen töten. Der Femizid ist zum Beispiel so ein Thema. Der scheint ja noch immer ein besonderer Fall von Mord zu sein, weil es eben nicht nur Mord ist, sondern eben ein Mord an einer Frau. Wird damit auch nicht eine Rechtskategorie aufgeweicht beziehungsweise soziologisch verschoben? Ja, auf jeden Fall. Also die rechtlichen Regeln sind so zu formulieren und so formuliert auch tatsächlich in ihrem Ursprung, dass sie einfach waren, einfach zu sein haben. Ich spreche ein bisschen in der Vergangenheit, weil das, wie du es ja schon richtig gesagt hast, inzwischen sich verändert hat. Wir haben das ja während Corona gemerkt, da sind die Regeln immer stärker verfeinert worden. Verfeinert klingt nach einer subtilen, schönen Arbeit, aber tatsächlich war das eine sehr grobschlechtige Verfeinerung, die dazu geführt hat, dass man am Schluss gar nicht mehr wusste, was wirklich gilt. Und das ist kein Kennzeichen für gutes Recht, sondern eher ein entmündigendes, die Grenzen aufweichendes Recht. Mir liegt sehr viel an dem Hinweis darauf, dass es entmündigend ist. Recht ist deshalb allgemein formuliert und muss allgemein formuliert sein, damit eben für den Einzelnen noch genau der nötige Raum bleibt, um Eigenverantwortung ausüben zu können und ausspielen zu können. Es ist ganz wichtig, dass Recht nicht erzieherisch wirken soll, sondern Grenzen abstecken soll. Das heißt, in seiner Allgemeinheit wird die äußerste Grenze abgesteckt, die da heißt, töte keinen anderen Menschen. Und das reicht, das muss reichen. Und dass man dann den Schluss zieht, dass man eben weder ein Kind noch eine Frau noch einen alten Menschen töten darf, das muss jedem selbst überlassen bleiben. Also diese Transferleistung muss sich auch tatsächlich von jedem erwarten können und es braucht da keine Kategorisierung. Es ist schon eine kleine Kategorisierung im Recht vorhanden, indem man eben sagt, wer aus beispielsweise niederen Beweggründen jemanden tötet, der begeht einen Mord. Aber das finden wir auch nicht in jedem Rechtssystem. Das ist in Deutschland so, aber durchaus eben nicht in jedem anderen Land. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass ein Raum für eine Eigenverantwortung, für eine Selbstbestimmung bleibt und ein Raum, in dem ich eben selbst auch lerne, mit Regeln umzugehen, das verstehe, dass ich weiß, mir werden allgemeine Grenzen gesetzt und im Besonderen, im Speziellen, in dem Fall, den ich jetzt gerade vor mir habe, muss ich eben mit meiner mir eingeborenen Eigenverantwortung die richtigen Schlüsse ziehen und mich dann richtig, rechtmäßig verhalten. Du hast gerade die Metapher des Raumes verwendet und es ist ja offensichtlich so, dass der Verletzte bedrängt wird und in übergriffiger Weise seine eigenen Grenzen nicht mehr aufrechterhalten kann, das heißt, ihm wird der Raum geraubt und dann gibt es wiederum andere, die dehnen sich zu sehr aus. Das ist ja auch die Metapher dieser Stachelschweine, die das nahelegt. Ein Gedanken, den ich bei Frau Korostalski sehr stark fand, war derjenige, dass man ja erstmal argumentieren könnte, wenn ich jetzt denjenigen den Raum nehme, mich zu verletzen, also indem ich zum Beispiel jetzt Hasssprache unterbinde, dann ist es ja nicht so, dass ich dabei jemanden nur die Meinungsfreiheit nehme, sondern ich erweitere damit die Rechte des Verletzten. Das heißt, es findet so eine Art Umverteilung von Raum statt, das heißt, den einen beschneide ich in seinem Raum, der darf dann nicht mehr so gemeine Sachen sagen und der andere hat dafür mehr Raum, weil er sich bewegen kann, ohne, dass er von vorbeifliegenden Vögeln oder Fehlbezeichnungen tangiert wird. Und was Frau Korostalski jetzt sagt, ist, dass diese Vorstellung, dass es ein Geben und Nehmen von Raum unter den Menschen geben sollte, dass das ein Missverständnis ist, denn das, was nämlich der Staat an Regulationen erlässt, das gibt dem einen nicht mehr und dem anderen nicht weniger Raum, sondern nimmt allen Raum und verlagert dafür mehr Rechte beim Staat. Das heißt, die Gesellschaft wird insgesamt enger dadurch. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, so habe ich es auch verstanden und ich denke, das ist eine sehr starke These, die man sich erstmal genauer anschauen muss und vielleicht mal überprüfen muss, ob man genau diese Erfahrung nicht tatsächlich in den letzten Jahren gemacht hat. Wenn wir uns dieses Paradebeispiel der vergangenen Jahre in der Corona-Zeit ansehen, dann hatte es natürlich für einen kurzen Moment den Anschein, als ob Freiheit wie ein großer Kuchen begrenzt ist und wenn sich eben Einzelne, diejenigen, die glauben, dass sie auf die Straße gehen können, ohne Mund-Nasen-Bedeckung mehr Freiheit nehmen, also mehr Stücke vom Kuchen, dann würde den anderen quasi etwas vom Kuchen fehlen und die haben das sich dann durch ihr Argument, wir sind mehr, wir sind die Masse, wir haben den Staat hinter uns wieder zurückgekämpft. So hatte es für einen kurzen Moment den Anschein. Wenn man genauer hinschaut, ist aber was ganz anderes passiert. Tatsächlich hat der Staat seine Regelungstiefe erheblich vergrößert. In alle Lebensbereiche hinein hat der Staat plötzlich Regelungen erlassen, in Bereiche hinein, in denen man bisher gar nicht mit Regelungen hat rechnen müssen. Beispielsweise darf ich zu einer bestimmten Uhrzeit mein Haus verlassen? Darf ich, wenn ich im Auto fahre und jemanden mitnehme, das tun, indem ich mein Gesicht zeige oder muss ich mich dabei auch bedecken, weil der andere potenziell ansteckbar ist? Das sind alles Lebensbereiche, die bisher von staatlichen Regelungen weitgehend ausgenommen waren. Ich will jetzt noch gar nicht mal auf die Reisefreiheit zu sprechen kommen, auf die Bewegungsfreiheit bin ich schon zu sprechen gekommen. Also man könnte das durchdenken und dann wird man feststellen, da hat der Staat wirklich seinen Handlungsraum erheblich ausgeweitet und eben, es ist dadurch nicht einzelnen mehr Freiheit gegeben worden, mehr Raum gegeben worden, sondern tatsächlich ist allen was genommen worden. Wir haben inzwischen einen sehr stark fürsorglichen, das ist sehr beschönigend ausgedrückt, ich würde sagen übergriffig bestimmenden Staat, der mit dem Argument, dass es hier verletzliche Gruppen gibt, in jedes Element des Lebens, in jeden Lebensbereich hineinregiert. Und das wird uns in den nächsten Jahren noch ganz erheblich treffen. Ich nenne nur das Stichwort Klima, um nur ein Beispiel zu nennen, wo der Staat sich wahrscheinlich unglaublich ausbreiten wird, zu unserer aller Lasten. Das heißt, der Verletzlichkeitsdiskurs ist letztendlich ein Konkurrenzkampf der Vulnerablen, die auf dem Jahrmarkt der Verletzlichkeiten dafür sorgen wollen, dass ihre Verletzlichkeit mit einem exklusiven Status versehen wird, um in Rechtssphären getragen zu werden und damit vermeintliche Freiheitsgewinne verbuchen wollen, ohne dabei zu merken, dass sie damit die Freiheitseinschränkungen für alle vorantreiben. Also wäre es nicht ein großer Gewinn auf diese Kategorie der Vulnerabilität insgesamt zu verzichten und sowas wie Menschlichkeit oder den Bürger als Fundamentalkategorie des Rechts wieder heranzuziehen? Ja, absolut. Und ich denke, wir haben es jetzt auch schon deutlich gesagt, dieser Jahrmarkt der Verletzlichkeiten dient dem Staat eben als sehr griffige Legitimation für vielfältige Freiheitsberaubungen. Freiheitsberaubungen, die dann natürlich auch ganz zentral auf die Eigenverantwortlichkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Bürger abzielen. Wir sollen ja alle gar nicht mehr unverletzlich uns fühlen oder mit Verletzungsgefahren rational ruhig umgehen. Das sollen wir nicht mehr, sondern wir sollen entmündigt uns fühlen und gleichzeitig wissen, da ist der Staat, dem kann ich vertrauen, der ist für mich da, ich muss mich um nichts mehr kümmern, der sorgt schon dafür, dass mir nichts passiert. Ich selber muss gar nichts mehr können, und ich muss mir das Pflaster nicht mehr aufkleben können, da kommt jemand, der das dann macht, sinnbildlich gesprochen und das ist der große, warme Staat, dem ich dankbar gegenübertreten muss. In welche Wahnsinnsabhängigkeit uns das alle bringt, kann ich bereits jetzt fühlen, ich nehme an, viele Hörer auch, aber es gibt eben leider noch viele Menschen, die das nicht fühlen, sondern die ja nur ihre Angst fühlen und sich dann ganz freiwillig, unterwürfig in die Hände des Staates begeben. Aber letzten Endes, um es nochmal zu sagen, eine Legitimation für Freiheitsberaubungen, die eigentlich durch nichts gerechtfertigt ist. Jetzt schützt der Staat uns ja nicht nur vor Klimakatastrophen, vor Terror, vor Atemwegserkrankungen, sondern er schützt uns ja auch vor der psychischen Verletzung und da hat Frau Korostalski den Begriff der Diskursvulnerabilität geprägt, den ich auch ganz treffend finde. Es gibt ja eine Form der Verletzung des Seelischen durch die Ehrverletzung, das ist ja auch ein juristischer Begriff, da gibt einen direkten beleidigenden Zugriff auf meine Ehre, auf meine Person, das finde ich plausibel. Dann gibt es aber auch eine Form des Verletztseins, die weniger aus der Intention des Verletzenden her resultiert, als aus der Empfindsamkeit des Opfers. Also der Wille zum Opfertum wird hier gewissermaßen belohnt. Menschen zeigen sich verwundbar durch das Gespräch selbst. Das heißt, sobald ein bestimmtes Thema angesprochen wird, sobald das Thema allein angesprochen wird, Impfung, Klima, Migration, Waffenlieferungen in der Ukraine, die Nahostkrise, sind Leute schon am Rande des Nervzusammenbruchs und sagen, oh, das verletzt mich jetzt aber, wenn überhaupt darüber gesprochen wird. Schlimmer noch, wenn es aus Positionen heraus angesprochen wird, die nicht der eigenen entsprechen, kann das sehr verletzend sein. Auch die Art und Weise der Argumentation, darf man Scherze machen über politische Themen, darf man polemisieren, ist Ironie gestattet, wenn es ums Klima geht, wo wir doch alle kurz vor dem Tod stehen. Manchmal ist es sogar schon allein die Person, die spricht problematisch. Also wenn ich da einen bestimmten Akteur aus dem Osten höre, der dann etwas sagt oder den Arzt aus Leverkusen, wer auch immer, dann breche ich schon zusammen. Was dazu führt, dass wir letztendlich einen großen Tabuisierungsfilter über all unser Sprechen ziehen, weil wir ja keinen verletzen wollen. Das kennst du vielleicht aus den medizinischen Akten, diesen Kave-Vermerk, Kave-Linguam. Kennst du das? Ja. Wenn der Arzt befürchten muss, dass der Patient mithört, so etwas scheint offensichtlich als Form der Zensur eingekehrt zu sein aus dieser Verletzlichkeit durch Diskurse selber. Ja. Und jetzt machen wir uns mal kurz klar, wozu das dann führt. Welche Konsequenzen hat das? Das hat einerseits die Konsequenz, die du eben angedeutet hast, dass bestimmte Themen nicht mehr angesprochen werden dürfen. Also darf man eigentlich noch Negerkuss sagen, beispielsweise. Und ja, das geht wahrscheinlich gar nicht. Viele werden sich jetzt verletzt gefühlt haben. Ja. Aber ich esse den so gerne und habe das auch gelernt, dass der so heißt. Aber ich bin natürlich alt und zähle nicht mehr. Jetzt kommt die zweite Konsequenz. Ich darf also nicht mehr am Diskurs teilnehmen, weil ich habe mich ja völlig disqualifiziert. Allein die Tatsache, dass ich mich durch die Verwendung eines solchen Wortes einer bestimmten Gruppe zuschreibe, die muss dazu führen, dass ich aus dem weiteren Diskurs ausgeschlossen werde. Also mit mir darf man dann einfach über gar nichts mehr reden, weil alles, was ich jetzt sagen würde, zum Beispiel zum Thema SUVs, das würde ja wahrscheinlich auch hundertprozentig dazu passen und was will man von mir schon anderes erwarten. Also das ist genau das, was da passiert. Finde ich sehr interessant. Einmal diese Tabuisierung, Vermeidung von Themen. Dadurch reden wir eben, weil wir ja potenziell verletzen könnten oder andere sich verletzt fühlen könnten, reden wir bestimmte Dinge nicht mehr offen. Die werden aus dem Diskurs ausgenommen. Es kommt also zu einem Vermeiden von Themen, was dann zur Folge haben wird, dass man sich über diese Themen eben auch nicht mehr in irgendeiner späteren Form einig werden kann. Zweitens, Sprecher werden aus dem Diskurs ausgeschlossen und das führt dazu, dass es einem Redeverbot gleichkommt. Und das sind zwei ganz gravierende Folgen, die natürlich mich auch wieder sehr verletzen. Ich finde das also ganz schlimm. Ja, ich denke, du könntest sogar Argumente dafür finden, warum das nicht gut ist, unabhängig von deiner Verletzlichkeit, weil wenn das sinnvoll wäre, würde ich sagen, sorry, da musst du jetzt durch kleiner. Aber die objektiven Argumente sind ja relativ schlagend. Also die Wissenschaft, die Politik, die gesellschaftlichen Aushandlungen, die leiden einfach, wenn diese Diskursvulnerabilität um sich greift. Um das nochmal systematisch auf den Punkt zu bringen. Es ist einerseits ein Verletztwerden durch Sprechen, aber auch eine Transformation des Sagbaren und des Sagemodus auf dem Hintergrund dieser vermeintlichen Vulnerabilität. Das heißt, der Diskurs selber entwickelt eine Machtstrategie aus diesem vermeintlichen Argument der Vulnerabilität. Jetzt lass uns aber dem Ganzen noch ein bisschen ernst geben. Wir drehen es mal ein bisschen zurück, denn es ist ja tatsächlich so, dass Menschen manchmal relativ rücksichtslos sprechen und auch andere beleidigen. Und wir wollen ja jetzt nicht das Rumtrampeln und das Diskriminieren und die Hassrede legitimieren, nur weil wir jetzt hinweisen darauf, dass es bestimmte übergriffige Formen und Übertreibungen der Kontrolle gibt. Die Frage ist, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das Recht möglichst alle Bereiche durchdringt und auch die Bereiche des Vorrechtlichen sanktionieren, also dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf Schlümpfe und solche Dinge achten, wenn Mädchen sich da in der Schule falsch äußern. Oder können wir sagen, es gibt ja auch Alternativen zu einer Lösung dieser Problematik des möglichen Verletztwerdens durch Recht, nämlich zum Beispiel durch das, was Schopenhauer vorgeschlagen hat, die Höflichkeit. Ja, das ist jetzt nun keine rechtliche Kategorie, die Höflichkeit. Eben, deshalb. Ja, also da habe ich sehr viel Sympathie dafür, dass wir darüber gleich sprechen, aber ich will noch mal einen Satz zum Recht sagen. Ich glaube, dass das Recht bisher auch schon ohne diese unnötigen Verfeinerungen, ich bleibe noch mal bei dem Begriff, oder nennen wir es Ausweitungen, genügend Regeln bereit gehalten hat und auch weiterhin genügend ausreichend viele Regeln bereithalten würde, um Übertritte, Übergriffigkeiten, Dinge, die zu weit gehen, entsprechend zu sanktionieren oder zu verhindern. Wir leben in einer Welt, in der wir glauben, dass neue Rechtsregeln neue, bisher nicht vorhandene Klarheit bringen. Und das ist, glaube ich, ein großer Trugschluss. Das ist aus meiner Sicht ein Zeichen einer immer weiter degenerierenden Gesellschaft, dass sie glaubt, mit weiteren Regeln weitere Sicherheit schaffen zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Gesellschaften, die in sich stabil sind, die ausreichend Bürger sind und wahrscheinlich auch Höflichkeitsformen in sich tragen, die schaffen es eben auch mit wenigen einfach formulierten Regeln, alle Sachverhalte abzudecken. Und das muss doch unser Anspruch sein. Und das wäre auf jeden Fall mein Anspruch an das Recht, dass das Recht einfach zu sein hat, leicht verständlich und diese Vereinzelungen, diese Ausweitungen überhaupt nicht braucht. Du sprichst es an, es gibt auch vorrechtliche und außerrechtliche Möglichkeiten, diesem ganzen Bereich gerecht zu werden. Das heißt, die Regelungsdichte muss gar nicht erhöht werden. Also wir haben über die Eigenverantwortung gesprochen. Manchmal unterlasse ich ja auch Dinge allein, weil mein Gewissen mir davon abredet oder aus Gründen der Moral. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist erst mal keine rechtliche Instanz, die mich daran hindert, sondern mein Gewissen. Die Tradition kann mich tragen, die Sitte und letztlich die Höflichkeit des Umgangs. Ich glaube, das ist hinreichend eigentlich in einer intakten Gesellschaft und bedarf keiner rechtlichen Regulation, um Verletzungen zu vermeiden. Beziehungsweise vielleicht ist auch gar nicht das Ziel, Verletzungen zu vermeiden, sondern mit Verletzungen umzugehen, ohne dass daraus Spaltungen oder uneinfangbare Konflikte resultieren. Das scheint mir überhaupt die Frage zu sein. Gibt es denn nicht auch Alternativen zu einer Kultur der Holsusen und rohen Eier? Mir ist dazu ganz am Anfang unseres Gesprächs etwas aufgefallen. Da haben wir mal so im Nebensatz gesagt, dass es den Menschen darum geht, Kontrolle über ihr Leben zu haben und dass sie immer dann, wenn sie glauben, dass sie diese Kontrolle nicht haben, das Gefühl haben, jetzt muss der Staat kommen und ihnen die Kontrolle zurückgeben und sie könnten ja besonders verletzlich sein. Ist das wirklich so, dass wir Kontrolle über unser gesamtes Leben ständig und stets haben können und haben sollten? Ist es nicht vielleicht manchmal wichtig und richtig, dass man sich der Gefahr aussetzt, dass man auch lernt, mit einer Gefahr, mit einer Verletzbarkeit umzugehen und zu wissen, dass beispielsweise ein Messer, das scharf ist, schneiden kann, auch in die eigene Haut? Oder würde man jetzt erwarten und verlangen, dass der Staat alle scharfen Messer verbietet? Doch sicher nicht, weil wir wissen, dass wir sie brauchen, um manchmal etwas durchzuschneiden. Und ich glaube, wenn man sich das mal vorstellt und klar macht, dann wird man merken, dass man eigentlich ohne das Eingehen von Gefahren gar nicht wirklich ernstlich durchs Leben gehen kann, sondern immer wie in Watte verpackt leben wird. Und das kann nicht das wahre Leben sein, also nach meiner Überzeugung jedenfalls nicht. Ich erinnere mich an einen Film mit Gérard Depardieu, ich weiß gar nichts mehr von der Handlung, geschweige denn den Titel, wo er seine Lebensgeschichte erzählt einer geliebten Frau anhand seiner Narben, wo er wirklich zu jeder Narbe eine kleine Geschichte erzählt. Wenn Verletztwerden zum Leben gehört, dann sind die Narben doch ein Teil unserer Identität. Ich spreche jetzt nicht von Traumatisierung, also das heißt Verletzungen, die niemals heilen, sondern ich spreche von dem Durchstehen und Durchleiden von Krisen, von Verletzungen, die mich letztendlich stark machen, weil ich etwas ausgehalten habe. Ich werde robuster, ich stehe wieder auf, ich bekomme eine Hornhaut auf der Seele, ich lerne mich zu wehren, ich mache mich unabhängig vom Urteil der anderen und vor allem durchschaue ich den Selbstbetrug, den ich eingehe, wenn ich versuche, Vorteile aus der Opferrolle zu ziehen. Ja, das ist eine ganz schöne Liste, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Handlungsanleitung. Ich glaube, so hast du es nicht gemeint, sondern gemeint waren einfach Beispiele, die zeigen sollen, dass es eben durchaus effektive Strategien gibt und auch ein ganz konkreter Nutzen daraus gezogen werden kann für das eigene Leben und für ein wertvolles Leben, wenn man sich eben nicht in diese Abhängigkeit von einem Staat, von einer Gruppe, die sich als vulnerable bezeichnet und damit besondere Privilegien in Anspruch nimmt, für sich beansprucht soll. Wenn man sich davon frei macht und weiß, dass man in der Lage ist, alleine zu existieren und Dinge zu durchstehen und zu durchleiden und daran nicht zugrunde gehen wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Natürlich völlig klar ist, niemand möchte gerne Schmerzen erleiden, ich selbst auch nicht und wenn mich jemand angreifen würde, dann würde ich mich auch freuen, wenn andere mich verteidigen oder wenn die Polizei in der Nähe ist und den Angreifer stoppt. Darum geht es hier gar nicht. Dafür haben wir die einfachen Regeln. Aber zu wissen, dass etwas passieren kann und trotzdem rauszugehen, das eigene Zuhause zu verlassen und eben nicht sich wie ein rohes Ei in Watte zu packen und darauf zu warten, dass ein anderer kommt, der Staat, der es schon richten wird, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt und worauf wir hier hinweisen wollten. Ich habe mal probiert, das in einem Bild zu formulieren, das wir, glaube ich, in anderem Zusammenhang auch schon mal verwendet haben. Das würde bedeuten, das Gemeinwesen ist kein Safe Space, wo mit Überregulationen wirklich jede Lebensregung erstickt wird, die bloß der Möglichkeit nach jemand anderen verletzt, sondern das Gemeinwesen wäre ein Ballsaal von Erwachsenen. Und im Ballsaal ist es so, dass man sich harmonisch dreht im Klang einer gemeinsamen Musik, dass man den einen Raum gibt, den anderen Raum nimmt, aber irgendwie in einer wechselseitigen Abstimmung. Es kommt vor, dass man sich mal auf die Füße tritt, aber dann wird weiter getanzt und lächelt sich an und man hat gewissermaßen eine Art Rahmung, der auf der Ebene von tragender Kultur, Beheimatung, Gemeinsamkeiten einen unterstützt und alles andere wird dann durch das Recht, wie du es beschreibst, auch abgesichert. Jedenfalls finde ich diese Vorstellung der sterilen Abgeschiedenheit, das erinnert mich in gewissermaßen an eine Klinik, an einen Hochsicherheitstrakt in einem Gefängnis, also welchen Ort sollen wir uns denn schaffen, der uns von allen Verletzungen schützt, der dann noch lebenswert wäre. Passt das überhaupt zusammen? Und diesen Ort wollen wir uns eben auch nicht schaffen. Wir beide sicher nicht und ich denke, viele unserer Hörer auch nicht. In diesem Sinne sollten wir uns weiter bewusst bleiben, dass jeder potenziell einen anderen verletzen kann. Das kommt im Leben vor. Dann ist es wichtig, dass man die Situation klärt. Und diese Klärung ist eben auch sehr wichtig und dass man dann trotzdem weitermacht und sich wieder in eine ähnliche oder neue Gefahr begibt. Matthias, haben wir uns jetzt eine blutige Nase geholt? Haben wir schlimme Sachen angesprochen, die wir nicht ansprechen durften? Ich glaube... Du hast Negerkuss gesagt. Ich habe Negerkuss gesagt, ja. Darüber denke ich jetzt nach und flüchte mich in meine Angst vor Vögeln. Sie hörten Philosophieren im Kontrafunk. Heute mit Matthias Burchardt und mit mir, Alexander Christ, zum Thema Verletzen. Und ja, bleiben Sie verletzbar. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns. mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio